Moin Moin, ein zwei Worte von mir zu diesen kleinen Poolreinigen Balls. Das sind die guten Dinger. Die steckt man hier einfach in seine Klingeanlage und kann das ganze dann später wieder ausnehmen und auswaschen und dann nochmal benutzen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und ja, das ganze kann man hier durch die Pumpe und der Filter zieht dann auch ordentlich. Wir sehen das hier, der Druck ist drauf und dementsprechend kann man das ganze einfach beruhigend benutzen und hat auch relativ lange etwas davon und ist soweit alles zufriedenstellend.